so neue kurze aufnahme session drei folgen brauche ich noch dann habe ich für die nächste woche auch noch folgen komplett weil meine frau die liegt momentan im krankenhaus und die wird dann wahrscheinlich noch eine woche mindestens daheim sein wenn sie kommt daher ich weiß nicht ob es morgen heim kommt deswegen nämlich heute besser auf so wir haben eine quest hier bände die belagerung indem er schenkt den aufseher im blutigen vorgebirge besiegt alles klar hier raus hallo das blutig hier schon das blutige werdet für eure grausamkeiten büßen wahl ganz schön laut ich glaube ich muss mal auf dem rohr ich mache erst mal die gruppe noch fertig und dann kleinen moment ich muss mal ein bisschen leiser machen das ist mir sonst laut hier so wir gucken erst mal hier ein bisschen rum da ist nicht hier ist wand ok ja die sollen da oben wo ich mal kämpfen das macht mir nix oh hallo ich sollte vielleicht auch mal meinen schatten raus ja ich mache erst mal hier weiter so ich lasse mal hier hinten gucken ist hier vielleicht noch eine holztruhe sehr schön so ansonsten nur bekommt die auf einmal her explosiv lexia sowas brauche ich nicht gut hier vorne haben wir jetzt schon alles entdeckt ich will einmal kurz meinen schatten rausholen und so was haben wir hier gift widerstand nämlich mit also das hier gehört zu lord of destruction das ist ein erweiterungs pack der erst später raus gekommen ist also wie vorgestern die folge diablo vorgestern die folge von diablo war so gesehen das ende von diablo 2 und ja alles was jetzt kommt ist mit dem erweiterungs pack hinzugefügt worden das kam glaube ich zwei oder drei jahre nach diablo 2 so kriegen schaden weil ich mit feuer stehen hier dürfte auch gerne hier runter kommen von mit kämpfen gucken sie die ganze zeit nur zu schweine da wir müssen so gesehen erstmal hier alles entdecken vor allem diese scheiß kappe katapulte so haben wir hier jetzt alles entdeckt hier unten ist nichts mehr ok hier wird noch irgendwo gekämpft da ich sag mal die barbaren sind zwar unhöflich aber trotzdem müssen wir ihnen ja helfen na also wer gestern die folge gesehen hat wie unhöflich die teilweise sind schlimm ich sag mal wenn ihr meine hilfe nicht wollen könnte ich auch jederzeit sagen gut das war's die haben nur zwei ist vorbei erweiterung werden nicht erst so da haben wir was was ist das könnte ich das eigentlich ein begleiter gehen könnte ich das eigentlich ein begleiter gehen so gut hier sind wir schon am ende angelangt guck mal nochmal hier rüber da sind noch welche da sind noch welche da sind noch keine die hierher gebracht haben sehr schön hier ist ende gelände elixier ich habe keine ahnung wofür man das brauchen könnte hallo bekämpft denn hier noch jemand so und hier hier wohnen ist nichts mehr fern ne 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 du bleibst mal schön alter ich kann mich ja fast gar nicht mehr sehen wir stark hey du hallo mann 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 okay so hier ist auch nichts mehr da oben steht schon wieder so ein komisches katapult die rolle des stadtpartals brauche ich ja wir hatten beim kampf gegen diablo so viele stadtportal holen gebraucht ich glaube nicht ich habe das ich habe das ich habe das ich habe das also was ich bei so spielen feiern würde wäre wäre wenn man hier so gesehen im blickwinkel ändern könnte dass man direkt von hinter ihr aus hier in richtung kloster oder was das sein soll gucken kann das werk genial es hat auch ein bisschen komisch hier weil das alles so lange zu erinnert mich ein kleines bisschen an den dschungel wo wir ewig drin festgehockt haben ok hier ist nichts mehr da drüben noch ein paar gegner 2 pro preis können wir mal meinen schatten ja und jetzt steht mein schatten da und so ich will mal hier drüben gucken da sonst nichts hier sind wir da monstern so liegt auch noch gold jetzt wird es auf einmal dunkel na toll so so hier drüben machen da sind auch noch so ok hier scheinbar übergang wo es weitergeht wir machen einmal wo sind wir denn hier und wo ich hier hinten war der schmied abend abend so alt dieses ding hier ist richtig geil aber füllt 1 bis 10 blitzschaden hinzu 21 21 gift schaden über vier sekunden treffer schlägt monster in die flucht 100 prozent das ist kacke das ist richtig kacke dann lieber den hier dann lieber den hier dem wir schon haben wir haben den mal hier hin wir können ja immer brauchen so wo war das portal da oben gut wir gehen dann morgen wieder zurück Dinge